Hier auf Bühne 4 geht es weiter mit Webmapping und jetzt heisst der Titel in 60 Minuten zur eigenen Geo-App mit JaGalifrit NG2 und wir sprechen Arne Schubert und Stefan Heritsch. Herzlich Willkommen zu unserer Demo-Session mit JaGalifrit NG2 innerhalb von 60 Minuten zur eigenen Geo-App. Eigentlich war dieser Vortrag ursprünglich als Workshop geplant, aber aufgrund von Corona haben wir uns dazu entschieden dieses Jahr eine Demo-Session anzubieten. Da kann jetzt einfach mal jeder mitschauen und nachvollziehen wie man recht einfach eine App erstellen kann mit Liefrit NG2 und das zeigen wir mal. So, was wir zuerst machen, wir installieren uns die Angular CLI, die holen wir uns jetzt von npm, da suchen wir uns die mal raus und irgendwo steht auch drin wie man die installiert und genau da haben wir es schon, das kopieren uns einfach rüber und jetzt machen wir uns in der Konsole ein NG2. Ja, jetzt installieren wir das. So, und das wird jetzt unser Grundgerüst, wo wir unsere App präsentieren werden. Man hätte jetzt, sage ich mal, auch was anderes nehmen können, aber wir haben uns jetzt einfach halber für Angular entschieden. So, und das erste, was wir jetzt machen, wir machen ein neues Projekt und da gucken wir in der Dokumentation, wie das geht und das ist jetzt NG2. Und in dem Fall ist es unsere Demo-Session, die wir jetzt anlegen. So, jetzt fragt ihr jetzt, ob wir noch ein Routing haben wollen, dann sagen wir nein, das ist auch schon vorgeschlagen, dann werden wir gefragt, welchen Style wir haben wollen, dann haben wir uns dann einfach für CSS entschieden. Der Einfachheit halber, wir wollen es ja jetzt nichts, ja, wir wollen es jetzt so einfach wie möglich machen und auch das präsentieren, was die meisten Leute von Ihnen kennen werden. So, jetzt installiert, jetzt stellt er uns das ganze Projekt und das dauert jetzt einen Moment und dann haben wir im Prinzip den Rahmen, wo wir hinter unserer Geo-App jetzt gleich erstellen werden, schon fast fertig. So, und jetzt ist er mal nicht so weit. Fertig, jetzt gehen wir mal in das Verzeichnis rein, die Demo-Session, wo wir sind und jetzt können wir auch schon direkt unser Liefend NG2-Modul installieren und dazu gehen wir auch wieder auf MPM und auch hier haben wir wieder eine kleine Installationsanleitung und da kopieren wir uns einfach wieder raus, MPM install und das geben wir jetzt in eine Konsole ein und jetzt wird uns Liefend noch als ganz normales Angular-Modul installiert, so wie man es halt eben auch kennt. Ja, unterm Strich wollen wir uns auch die Seite uns jetzt mal einfach angucken, soweit wie es jetzt schon ist, gehen wir dafür aber erstmal in einen Editor, in einer IDE unserer Wahl und ja, von da aus können wir dann auch gleich ein bisschen schöner weiterarbeiten. Das Schöne ist, Jager hat halt eben auch direkt hier zum Beispiel bei IntelliJ eine Unterstützung, dass er auch automatisch erkennt, welche Directives es gibt und hat auch Autovervollständigungen und ähnliches. Das sollte das Arbeiten leichter machen. So, wir starten unseren Development-Server nun mit ng-serve. Jetzt baut er die gesamte Applikation zusammen. Das dauert beim ersten Mal natürlich noch ein bisschen länger, aber sobald das einmal passiert ist, macht er quasi nur noch Updates und jetzt können wir uns das Ganze einfach bei uns im Browser angucken und hier haben wir unsere Start-App. So, damit wir ein bisschen was vorzeigen können, haben wir noch ein paar Assets zusammengesammelt. Unter anderem haben wir aber auch dazu die Leaflet-Styles gelegt. Die fügen wir jetzt hier einfach nochmal hinzu. Im Endeffekt muss man Leaflet-typisch halt eben die CSS-Styles mit da hinzufügen, weil es unterschiedliche Wege gibt, wollten wir da nichts vorgeben. Dafür muss man es aber halt eben selber auch nochmal sich drum kümmern, so gesehen. Das heißt also, wir fügen es hier in diesem Beispiel einfach nur als Style-Sheet direkt in die Index-Datei quasi mit dazu und fügen dadurch die Leaflet-Styles, die wir brauchen, alle mit hinzu. So, als nächstes brauchen wir vor allen Dingen unser Library selber. Zunächst muss man ein Modul in Angular ja mal erst registrieren. Wir holen uns jetzt hier auch einfach das Jager-Modul einfach nur aus unserem Library heraus und fügen das dann hier in den Imports auch hinzu. So, die Demoseite können wir ja zuerst mal quasi löschen. Fangen wir einfach von vorne an und legen einfach nur eine Jager-Map zunächst auf die Karte. Das ist wie gesagt diese Directive-Schreibweise, dass man halt eben Elemente, die wir aus Leaflet kennen, einfach in ganz einfache HTML-Tags, wenn man so will, umformen kann. So, dazu erstellen wir uns aber auch noch ein Teil-Layer. Und ja, der nächste Punkt ist dann die CSS-Sachen, also das Styling der Karte. Leaflet selber braucht auch mindestens eine Höhe und eine Breite, sonst wäre halt eben die Karte 0x0 Pixel groß. Hier haben wir auch noch einen Vorteil, dadurch, dass die Directive ja quasi Jager-Map heißt, können wir auch einfach im CSS das ganze Ding Jager-Map nennen. Und es ist sofort klar, um welches Element es sich hier handelt und wir müssen nicht erst eine Klasse dafür dazu packen oder ähnliches. Das wäre aber natürlich auch möglich als Klasse. So, dann brauchen wir zur Teil-Layer aber natürlich noch die URL. Wir haben die URL praktischerweise direkt bei uns mit in unserer Library mit abgelegt. Aus dem Grund importieren wir uns jetzt einfach die Leaflet ng2-Library auch hier. Und bringen das dann einfach nur noch als Eigenschaft mit dazu. Und wenn wir diese Eigenschaft jetzt haben, packen wir sie danach einfach jetzt auch noch hier in das HTML mit rein, bei uns zusammen. Und ja, hier haben wir die Karte. So, als nächstes einfach nur mal hier kurz zum Zeigen, also wir kennen ja auch zum Beispiel die Eigenschaften sonst der Map. Da können wir zum Beispiel als Property Zoom mitgeben. Genauso können wir das aber jetzt hier in Leaflet ng2 einfach nur über das Attribut quasi in eckigen Klammern, weil es halt eben nach Angular halt eben ein Setter quasi ist. Ja, und genau so können wir das dann reinmachen. Jetzt als nächstes wollen wir mal ein paar Controls noch mit dazu haben. So, hier fangen wir einfach mal an mit einem Zoom-Control. Sieht man auch, klappt. So, dann, ja, Scale-Control wäre ja auch noch praktisch. Gucken wir uns das erstmal an. Dann haben wir auch einen gewissen Maßstab. Jetzt sehen wir aber hier im Maßstab, wir haben sowohl, ja, das metrische System als auch hier Meilen stehen. Wir wollen aber nur das metrische. Deswegen machen wir einfach hier Imperial Falls eben exakt so, wie es eben auch in den Einstellungen bei Leaflet wäre, wenn ich mir die Klasse oder ähnliches erstellen würde. Beziehungsweise die Scale-Control einbinden würde. So, dann, jede Karte braucht natürlich oder sollte auch noch eine Attribution haben. Vor allen Dingen, wenn man ja hier, wie wir, OpenStreetMap anzeigt. Hier haben wir sie auf jeden Fall schon mal. Jetzt fehlt natürlich nur noch die Attribution selber hier in unserem Teil-Layer. So, das heißt also, wir gehen jetzt hier nochmal auch auf den Teil-Layer, geben dem explizit hier eine Attribution. So, und, ja, geben dem jetzt hier einfach mal einen Namen direkt. Man muss hier halt eben, ne, typisch für Angular, das ist manchmal ein bisschen verwirrend, diese doppelten Anführungszeichen. Aber wir meinen ja hier wirklich den String. Und, wie man sieht, hier haben wir das Ergebnis. Das klappt. So, auf der Karte wollen wir natürlich auch noch mehr sehen als einfach nur eine Grundkarte. Fangen wir doch einfach mal mit dem Marker an. Ein Marker ist ja eine Koordinate, deswegen braucht er halt eben auch Koordinaten zwangsweise. Deswegen müssen wir hier quasi die Latitude und die Longitude einfach einzeln angeben. Ja, für dieses Demo-Projekt nehmen wir einfach mal 0,0. Ja, und hier haben wir auch schon unseren Punkt. So, ein Marker, so ist natürlich auch erstmal was langweilig, bringen wir doch ganz einfach noch ein Pop-Up mit dazu. Und hier ist halt eben auch das Schöne, diese deskriptive Art und Weise in Angular halt eben solche Sachen schreiben zu können. So, wir wollen halt eben ein Pop-Up, aber ein Pop-Up soll natürlich auch einen Inhalt haben. Und wir können hier den Inhalt einfach direkt in der H1 schreiben. Gucken wir uns das einfach mal an. Hier sehen wir, hallo Foskes 2021. So, wir haben jetzt unseren Marker erstellt. Das nächste, was wir jetzt machen wollen, was jetzt noch praktisch wäre, wäre eine ganz besondere Control eigentlich aus Leaflet, und zwar die Layers Control. Die können wir hier über Jager Layers Control einfach genauso auch wieder hinzufügen. Das ist aber im Endeffekt eine Control, wo wir unter, also quasi ein Layer Tree aufbauen können. Und die unterscheiden selber ja zwischen Base Layer und Overlay Layer. So, wir können jetzt über unseren Teillayer mal reinpopieren, geben ihm noch dazu die Information, dass er quasi ein Jager Base Layer ist. Und geben ihm noch eine Caption. So, und jetzt sehen wir, wir haben jetzt hier natürlich nur einen Base Layer bisher drin, aber wir können ihn schon auswählen und wir haben auch schon die Caption da drin. So, wir haben ja schon, ja, bereits unseren Marker, nehmen wir doch auch unseren Marker einfach wieder raus und bringen ihn jetzt mit hier in die Layers Control mit rein. So, und auch hier müssen wir jetzt natürlich sagen, dass das auch ein Overlay Control in dem Fall quasi ist. So, und ja, auch Caption können wir jetzt hier wieder vergeben. Ja, und dann haben wir das halt eben einfach Foskis 2021. Also, halt Foskis. So, und hier haben wir jetzt auch die Möglichkeit, wie typisch vom Overlay Layer eben, dass wir ihn ein- und ausblenden können. So, und als nächstes haben wir es überlegt gehabt, wollen wir einfach mal ein Bild auf die Karte legen und dazu erstellen wir jetzt einen Jager Image Overlay. Und das Image Overlay braucht jetzt eine URL und das ist jetzt quasi da, wo das Bild hinterlegt gespeichert ist. Das könnte jetzt aus dem Internet sein. Wir haben ein Bild schon mal vorbereitet, das haben wir unter Assets abgelegt und das wollen wir jetzt hier nicht hart reinschreiben, sondern das wollen wir jetzt schon mal vordefinieren, damit wir es später auch wiederverwenden können. Und dazu gehen wir in die Component.ts und dort sagen wir jetzt die Uhr auf das Foskis-Logo und dann schreiben wir jetzt hier die Adresse hin, .assets.images. Und dann kommt der Foskis-Logo 2021-PNG. So, jetzt haben wir es hier schon mal vordefiniert, dann können wir jetzt wieder zurückgehen in unsere HTML. Und dort können wir jetzt als URL das Foskis-Logo angeben. So, jetzt haben wir schon mal im Prinzip das Bild auf der Karte, aber das Bild müssen wir jetzt dann noch irgendwie positionieren. So, da brauchen wir jetzt verschiedene Koordinaten, das positionieren. Das heißt, wir brauchen jetzt auf jeden Fall eine Ost-Koordinate. Dann brauchen wir, gehen wir einfach mal plus 10 ein. Und dann brauchen wir Süd noch und dann nehmen wir einfach mal minus 10. Und dann brauchen wir jetzt als nächstes noch Ost und West. Und hier nehmen wir dann auch noch mal 10 und minus 10. So, jetzt brauchen wir noch eine Opacity, dass wir so ein bisschen durchgucken können. Und da sagen wir mal 0.7. Und jetzt müssten wir schon mal das Bild auf der Karte haben. Und wenn wir jetzt ein bisschen ran suchen, sieht man auch, man kann leicht durchgucken. Das heißt, wir haben das ganz leicht durchsichtig gemacht. Aber man wird das natürlich nicht als Logo nehmen. Man wird jetzt, wenn man eine richtige Anwendung macht, irgendeine alte Karte nehmen oder einen Plan von einem Gebäude nehmen, das georeferenziert ist. Dann könnte man es jetzt mit den Randkoordinaten von dem georeferenzierten Bild, das so auf der Karte darstellen. So, aber wir wollen das Ganze jetzt auch noch in unsere Layer-Control hinter mit reinbekommen. Und da haben wir die Sierra Overlay-Layer und der braucht auch noch eine Caption. Und dann haben wir jetzt hier unser Foskes-Logo. Und jetzt müssten wir das oben in der Layer-Control auch auswählen können. Und ja, und es funktioniert auch, man kann es auch ein- und ausschalten. Und zwar wollen wir jetzt uns noch einen Marker reinsetzen, der noch editieren kann. Wir wollen uns ja noch ein bisschen das Two-Way-Data-Binding zeigen, was uns Angular ermöglicht. Und damit das hinterher auch alles funktioniert, müssen wir uns jetzt erstmal von Angular Forms importieren. Das brauchen wir nämlich jetzt später noch. Das bereiten wir uns aber jetzt schon mal direkt vor. Was wir hier oben drinnen stehen haben. So, und dann tun wir es hier auch noch mit dazu tun. So, und jetzt definieren wir im Prinzip erstmal einen Marker, einen ganz normalen, den wir es gerade eben auch hatten. Den tun wir jetzt mal auf 1010, um dann einfach den mal woanders zu sitzen zu haben, dass die nicht jetzt beide übereinander sitzen. Wir fügen den erstmal hinzu und versuchen jetzt aus der TS, wo wir es gerade vorgefertigt haben, dort die Sachen rauszuziehen. So, und dann haben wir jetzt hier unseren Marker Latt und unseren Marker Long. Das sind jetzt genau die Berti, die wir sie definiert haben. Und wenn wir jetzt alles richtig gemacht haben, dann müsste der leicht versetzt neben dem anderen Marker liegen. Gucken wir uns das mal an. Und da haben wir ihn auch schon. So, da heißt es natürlich auf dem Museum ein Pop-up. Das wollen wir natürlich auch noch ändern. Das soll jetzt ja nicht unser Foskes Marker sein. Den hatten wir ja gerade eben erstellt. Dann braucht es auch noch einen Titel. Wir gehen jetzt erst noch mal in die TS zurück. Und jetzt definieren wir noch ein paar weitere Sachen. Und zwar möchten wir den ja auf jeden Fall editierbar haben, den ich da auch verschieben kann. Und jetzt gehen wir noch mal zurück. Und holen wir unser Dragable rein. So, als nächstes setzen wir die erstmal in runde Klammern noch mit dazu, damit wir das Two-Way-Data-Binding ermöglichen. Dass wir quasi auf der Karte Sachen ändern können, die sich auch direkt im Datenmodell ändern und umgekehrt. Das kann man mit Angular machen, indem man das einfach in runde Klammern zusätzlich noch dazu schreibt. Dann kann das von beiden Seiten hinterher befüllt werden. So, gucken wir mal, ob das klappt. Und die Karte ist da. Hat geklappt. Dann können wir, scherzendlich immer noch Foskes 2021, das ändern wir jetzt gleich mal ab. Dann können wir jetzt wieder zurückgehen. Und als nächstes ändern wir jetzt endlich mal den Text ab. Das wollen wir sehen, dass wir jetzt hier einen neuen Marker haben. Nicht mehr, dass es derselbe Foskes Marker ist. So, und das ist unser Additable Marker. Und So, und hat funktioniert. Man sieht, das hat jetzt schon mal unseren neuen Marker haben wir. Der ist jetzt natürlich noch nicht wirklich editierbar. Das kommt jetzt aber hinterher später noch. Gehen wir nochmal in der TS nach. Wir brauchen jetzt noch den Namen von dem Marker. Das ist einfach unser editierbarer Marker. Und in der HTML. Und jetzt hier als Caption auch unseren Marker name, den der angezeigt werden soll. So, müssen wir noch etwas definieren. Wir können jetzt natürlich auch den Marker name als Name machen. Dann haben wir den auch im Popup direkt drin, der einem angezeigt wird. Das ist quasi alles das, was wir in der TS vorher definiert haben. An Werten, die besitzt jetzt der Marker. Und man sieht, das Name ist noch davor gekommen. Und der Name von dem Name, also was hinter den doppelten, geschweiften Klammern steht, ist dann das, was er aus der TS bekommt. So, jetzt können wir es natürlich auch noch die anderen Werte anzeigen lassen. Wir können es noch LUT Long anzeigen lassen, direkt im Popup, dass wir sehen, auf welcher Position der Marker sich befindet. Und dann holen wir auch hier die Sachen aus unserer TS heraus, die wir gerade definiert hatten. Marker LUT und Marker Long. So, dann machen wir hier direkt einen Zeilenumbruch, dass wir das gleich untereinander sehen im Popup. Jetzt gucken wir uns das Ganze nochmal an. Und da haben wir jetzt auch die Position von dem Marker direkt mit reingeschrieben. So, jetzt ist der aber immer noch nicht editierbar. Das müssen wir immer noch machen. Wir kriegen jetzt erstmal nur die aktuellen Werte angezeigt. Aber die funktionieren schon mal. Und als nächstes machen wir uns ein Kästchen, das der editierbar ist. Dann machen wir uns eine Checkbox rein, die man hinterher anklicken kann. Und mit der kann man dann hinterher sagen, dass wir den Marker editieren wollen. Dazu brauchen wir jetzt dieses NG-Model. Und das ist genau das, wofür wir gerade eben die Forms installiert haben. So, und hier können wir jetzt den Marker editable setzen. True and false. Und jetzt draufdrücken, das ist true. Und man kann ihn editieren. Und wir sehen, das Dragable ist schon umgesetzt, was wir gerade reingeschrieben haben. Das heißt, wir können den Marker wunderschön auf der Karte verschieben. Und man sieht halt eben auch, wie sich die Koordinaten verändern. So, aber wir wollen ja die Koordinaten auch so hinterher noch verändern können. Jetzt nur den Marker zu verschieben, ist zwar ganz schön und praktisch, aber man will ja eben auch dem Marker feste Koordinaten direkt mitgeben. So, und dazu machen wir jetzt hier eine kleine Diff mit ein paar Inputs rein. Und dort wollen wir einmal die Latitude in Dongitule als Input mit reinschreiben. So, und das machen wir jetzt gerade mal schnell. So, und hier mal direkt die Zeilen und Brüche wieder rein, dass wir die Sachen gleich schön im Pop-Up untereinander haben und nicht in einer Reihe. Und ich muss jetzt gleich noch Typ Number werden. Dann mache ich das Ganze jetzt nochmal. Und wenn wir jetzt alles richtig gemacht haben, sollten wir hier den Namen des Pop-Ups sowie die Koordinaten umändern können. Und man sieht jetzt auch gleich, in dem Moment, wo man die Koordinaten schon mal wieder nachher, jetzt haben die sich verändert. Und jetzt können wir natürlich auch hingehen, den Namen einfach ändern, sagen, das Ganze ist Afrika. Und wenn jetzt hier auch die Koordinaten noch ein bisschen anfassen, dass Afrika nicht so Brumme-Koordinaten hat, sondern ganz glatte. Und man sieht eben damit, dass sich auch der Punkt dementsprechend bewegt. Na, ups, hat nicht so ganz geklappt. Na, jetzt aber. Und da sieht man, der Punkt ist gesprungen. Wir haben Afrika angelegt. Und ja, man sieht, Two-Way-Data-Binding funktioniert alles wunderbar. Wir können jetzt im Pop-Up die Koordinaten abändern, können den Punkt editieren. Und als nächstes gucken wir nochmal nach. Jetzt müssen wir den auch in unserer Layer Control haben. Genau richtig. Jetzt können wir Afrika auch noch ein- und ausschalten. So, dann gehen wir durch. Dann sehen wir nochmal alle unsere Marker, die wir auf unserer Karte gemacht haben. Und das ist unser editierbarer Marker. So, ja, als nächstes machen wir doch einfach mal eine Variable Anzahl an Markern, die wir benutzen können. Dafür nehmen wir jetzt, ja, erstmal unseren Marker, das Modell davon erstmal in Mark-Case um und machen ein Array daraus. Außerdem möchten wir vor allen Dingen dann weitere Punkte hinzufügen. Dafür fügen wir die Add-Marker-Methode mit hinzu und machen da eigentlich nichts weiteres, als in dieses Array eben ein weiteres Objekt reinpushen. Ja, wir nehmen jetzt einfach mal minus 10, jeweils damit der Punkt dann an einem anderen Punkt auf der Karte erscheint. Und wir gehen natürlich hin und machen den von vornherein dann hier jetzt Additable, damit wir ihn auch direkt an die richtige Position schieben können. Ja, das Ganze müssen wir dann natürlich auch noch hier bei uns im View anpassen. Schreiben also zunächst, müssen wir hier über die Elemente drüber iterieren. Das kann man bei Angular, haben wir ng4 und schreiben jetzt hier einfach let Marker of Markers. Das Schöne ist jetzt auch innerhalb unseres sonstigen Codes, den wir hier haben, haben wir nämlich schon den Marker. Das heißt, wir müssen jetzt eigentlich nichts weiter mehr ändern, aber wir übernehmen jetzt schon quasi das Element aus dem Array und haben eigentlich schon dynamisch viele. Wir können hier auch schon trotzdem weiterhin bearbeiten usw. Ja, aber wie gesagt, wir wollten hier eigentlich weitere Punkte hinzufügen. Das machen wir jetzt einfach mal, indem wir hier unten noch einen Button hinzufügen. Registrieren hier noch das Click Event einfach von Angular und bringen das auf das Ad Marker und schreiben noch kurzen Text mit in den Button. Dann würde ich ihn auch hier jetzt in unserer Anwendung wiederfinden. Dann probieren wir das doch mal aus und da ist der Button. Wir drücken, hier kommt jetzt auch der Marker. Wir können ihn auch bearbeiten. Jetzt zum Beispiel auch einfach Europa reinschreiben und auf Europa ziehen. Dann wäre das hier Afrika. Und dann haben wir hier noch einfach Nordamerika draus. Ich kann die auch wieder nicht mehr bearbeitbar machen und jetzt sehen wir halt eben hier unter dem Strich ist es auch automatisch schon direkt im Layer Tree vorhanden. Wir können die einzelnen Punkte ein- und ausblenden und finden die halt eben genau zu den Armen, wie wir sie auch in unserem Model eingetragen haben, auch im Layer Tree wieder. So, als nächstes können wir eigentlich genau das Gleiche, was wir mit den Markern gemacht haben, ja auch einfach mal mit noch weiteren Teil-Layers machen, dass wir auch einfach die Möglichkeit haben, mehrere Teil-Layers auch als Base-Layer in unserem Layer Tree anzuzeigen. Was brauchen wir unter dem Strich für unseren Teil-Layer? Ja, wieder die URL, wir nehmen hier die OSM-URL einfach als Standard. Ja, geben wir noch ganz kurz eine Beschreibung. Ja, und zusätzlich benötigen wir natürlich auch noch eine Attribution. Die fügen wir jetzt auch einfach nochmal hier mit hinzu. Und dann ab dafür. Ja, jetzt haben wir die nochmal hinzugefügt. Aber bisher natürlich nur in unserem Model. Jetzt müssen wir die natürlich ganz genauso auch noch in unsere View hinzufügen. Da wir das ja jetzt in ein Array geschrieben haben, weil wir variabel viele Teil-Layer damit hinzufügen wollten, müssen wir halt eben auch erstmal nochmal wieder über unsere Teil-Layers rüber iterieren. Machen wir einfach mit Let-Teil-Layer auf Teil-Layers. So, und jetzt können wir ganz genauso wie vorhin auf unser Model zugreifen. Wir haben hier jetzt Teil-Layer. Und ja, nehmen dann halt eben für die Caption die Caption einfach raus. Wir binden die URL genauso auf die URL. Und die Attribution, die wir mit in den Einstellungen hinterlegt haben, nehmen wir auch hier mit rein. So, dann können wir uns das auch nochmal angucken. Und ja, siehe da, wir haben jetzt auf jeden Fall zwei Karten. Das ist jetzt noch langweilig erstmal, weil die beiden Karten gleich aussehen. So, also nächster Schritt wäre dann auch hier diese Daten einfach mal über Inputs bearbeitbar zu machen. So, dafür bauen wir uns aber hier noch vielleicht ganz kurz eine Tabelle. Ja, wir stylen die hier jetzt auch noch so ein bisschen, dass das auch später in der Darstellung gut aussieht. Ja, schränken wir am besten auch ein bisschen in der Breite. Ah, und jetzt haben wir hier noch eine Überschrift mit rein. Hier ist das erstmal für die Marker. Und jetzt verschieben wir das hier erstmal nach oben noch. Und dann duplizieren wir uns hier mal eine Spalte und ja, machen nun viel Teile her. Ein ähnliches Formular. Ja, was brauchen wir jetzt hier? Also, zunächst haben wir das Ganze ja in dem Array. Das heißt, auch hier müssen wir als allererstes wieder darüber iterieren und uns jeden einzelnen Teile herausholen. So, und jetzt pro Teile herausholen wir dann natürlich, ja, zunächst erstmal die URL. Ja, das verbinden wir jetzt auch wieder mit unserem Model. Schreiben noch kurz was davor, machen wir noch einen Line Break mit dazu, damit wir auch wissen, was hier gemeint ist. Ja, und das gleiche brauchen wir jetzt natürlich genauso für die Caption und nochmal die Attribution natürlich genauso. Und fügen wir das vorhin auch noch ein. Und ja, jetzt sehen wir hier halt eben auch unser Formular, den wir quasi jetzt auch unseren Tail Layer bearbeiten können. Das ist einfach so, um es jetzt mal einfach zu zeigen, das wurde aus OpenStreetMap OpenTopoMap zu machen. Und man sieht hier, weil wir das Ganze jetzt eingeben, sehen wir sofort, dass auch OpenTopoMap geladen worden ist. Wie gesagt, wir können hier jetzt sowohl eine Caption für den Layer Tree geben, als auch eine Attribution. Wie wir sehen, während wir es hier schon unten eingeben, ändert sich schon automatisch der Text. Also, wie gesagt, der Vorteil des Two-Way-Data-Bindings. Ja, und hier können wir jetzt auch schon endlich zwischen zwei unterschiedlichen Base Layern auch mal hin und her wechseln. Da haben wir auch noch ein Teil Layer. Jetzt wäre es natürlich ganz nett, wenn wir das Ganze für den Marker uns auch anzeigen lassen können. So, und dafür kopieren wir uns jetzt einfach mit den Sachen, die wir gerade eben geschrieben haben. Wir setzen hier unten beim Marker unten drunter und passen hier jetzt entsprechend an. Also, wir haben jetzt natürlich jetzt nicht mehr den Teil Layer, sondern wir haben den vordefinierten Marker, den wir jetzt uns anzeigen lassen wollen. So, jetzt gehen wir hier entsprechend die Sachen alle nochmal zurück. Nur, er hat er nicht, da hat er eine Latte Long. Und dann müssen wir jetzt hier entsprechend die Sachen eintragen. Das ist wieder genauso wie beim Layer, die Marker Punkt Latte Long und Name. So, und wenn wir das jetzt alles richtig gemacht haben, oder wir kopieren das noch, haben wir noch die... So, jetzt schauen wir uns erst mal an. Und, ja, sehr gut, da haben wir schon die Sachen. Da haben wir... genau. Und dann können wir uns hier auch die Sachen direkt verändern. Und jetzt drauf drücken, dann sehen wir, wie die Koordinaten sich verändern. Und da sehen wir, jetzt können wir einen neuen Marker erstellen. Jetzt können wir ganz viele neue Marker erstellen. Sehen, dass hier unten auch direkt immer die Werte, die wir verändern können. Und man sieht, das ist wunderschön. In dem Moment, wo ich den Marker bewege, erinnern sich ja auch die Koordinaten direkt unten in unserer kleinen HTML-Tabelle. So, das heißt, ich kann hier jetzt auf beiden Seiten abändern. Und das Ganze hat wunderschön funktioniert. So. Jetzt hatten wir noch unser Image-Overlay. Und das Image-Overlay, damit wollen wir was Ähnliches machen. Das waren wir hinterher auch im Prinzip unten angezeigt bekommen. Wir wollen das auch ein bisschen bearbeiten können, direkt in der Karte. Und dafür müssen wir uns jetzt natürlich auch das Image-Overlay wieder definieren. Jetzt müssen wir wieder angeben, wo das Bild gelegen ist, die URL. Und als nächstes müssen wir danach wieder die North-South-Werte angeben. Sonst hat er es. Jetzt setzen wir hier die North-South-Werte alle hin. Das sind quasi unsere initialen Werte, die wir haben. Und die werden wir hinterher abändern. So, eine Opacity hatten wir auch noch gehabt. Da hatten wir 0.7 gesagt. Und eine Caption auch noch. Und das ist jetzt einfach unser Editable-Image. So, jetzt haben wir die doch jetzt vordefiniert. Und jetzt müssen wir uns entsprechend wieder das Image-Overlay raussuchen. Und da haben wir das auch schon. So, jetzt nehmen wir das quasi an mit den ganzen Konstanten, die wir vor uns hatten. Und das ist jetzt hier quasi die Image-Layer Caption. Und dann hatten wir als nächstes die ganzen URL noch gehabt, wo ihr das Bild in dem Licht wisst. Das ist auch unsere vordefinierte Variable. Und jetzt können wir oben die ganzen Sachen North-South-Werte schon mal kopieren. Da müssen wir natürlich alles nochmal schreiben. Und das brauchen wir bei den Werten. Die müssen wir jetzt nochmal ersetzen durch die Sachen, die wir jetzt gerade eben in der TS vordefiniert haben. So, in dem Fall ist das dann jetzt hier Image-Layer North. So, das können wir jetzt einfach kopieren. Und das machen wir jetzt, wenn wir die anderen auch ein. Und dann dementsprechend immer nur die Himmelsrichtung nochmal ab. So, und die Opacity brauchen wir auch noch, müssen wir noch mit abändern. Und danach gucken wir uns noch mal an, ob das Ganze auch noch funktioniert. Und jetzt haben wir natürlich zweimal das selbe Bild übereinander. Man sieht jetzt aber auch schon ein kleineres und größeres Bild. Das heißt, das Ganze hat schon mal funktioniert. Und jetzt müssen wir natürlich unten unsere HTML-Tabelle entsprechend noch erweitern, dass wir auch die ganzen Werte, die das Bild hat, unten noch angezeigt bekommen. Und dazu machen wir natürlich als erstes Mal die Überschrift, erinnern wir ab. Jetzt kommen wir zur Image-Overlay. Und das ist natürlich jetzt nicht mehr, wenn du die Vorteile erst. Das brauchen wir uns auch gar nicht in dem Fall anzugeben. So. Okay, wir haben einfach die Sachen. Die anderen nehmen wir jetzt mal raus. So, dann müssen wir natürlich diese Teil-Layer-Sache abändern, weil das ist der Image-Layer, den wir haben. So, und jetzt können wir die ganzen Werte eintragen. So, und dann machen wir jetzt einfach gleich Nord-Süd hintereinander. Und der Input-Type ist natürlich jetzt hier ein Number und nicht Text. Das müssen wir jetzt auch noch ein bisschen ändern. So, wir probieren jetzt nochmal. Dann machen wir jetzt unten die Ost-West-Werte. Das sind dann wirklich die Randwerte, wo das Bild drin aufgespannt ist. Dann braucht dann auch jetzt gar nicht die Eckpunkte von so einem Bild, sondern es reichen wirklich die Koordinaten aus, weil das Bild immer als Rechteck eingefügt wird. So, und jetzt sehen wir ja schon unser Image-Overlay. Jetzt sehen wir, wie kann man es auch verändern. Und damit hat das schon mal funktioniert. Jetzt müssen wir mal kurz gucken. So, dann machen wir die Breite weg, dass wir es jetzt hier ein bisschen schöner sehen. Jetzt haben wir es auch wirklich nebeneinander, so wie gedacht. Und jetzt können wir hier die Werte verändern. In dem Moment, wo wir die Werte verändern, ändert sich das Bild auch auf der Karte. So, jetzt haben wir das nochmal neu. Und jetzt können wir das Bild einfach mal verschieben. Und zwar schieben wir das jetzt mal auf umzubreiten und ändern einfach mal die Platte hinzu. Da haben wir es einfach mal plus 50 Mal draufgesetzt. Und jetzt sieht man schon, das Bild ist jetzt nicht mehr rund, sondern es wird jetzt langsam Richtung Ei, obwohl die Abstände genau gleich sind. Das sind jetzt auch nochmal, das sind jetzt keine Pixelwerte, sondern es sind in dem Fall Koordinaten. Das ist einfach die Verzerrung dadurch, durch die Koordinaten, dadurch wird das Bild jetzt im Ei, wenn wir jetzt auf 75 gehen würden, dann wird die Verzerrung hinterher sogar noch größer. Das ist jetzt auch der Grund, weshalb Brünenland so groß auf der Welt dargestellt ist. So, diesen schönen Effekt konnten wir jetzt auch nochmal mit dem Image Overlay sehen. So, jetzt haben wir im Prinzip ein paar wesentliche Bestandteile einer jeden Karte mal gezeigt gehabt. Wir hatten jetzt den Marker gehabt, wir hatten den Teil der ja gehabt als Basiskarte und ein Image Overlay gehabt. Und wir konnten jetzt zeigen, dass man alles innerhalb dieser Anwendung bearbeiten kann, dass man die Werte abändern kann und dass sich die Sachen, die auf der Karte geändert werden, im Datenmodell sofort mit übernommen werden. Genauso wie die Werte, die ich im Datenmodell ändere, sich automatisch sofort auf der Karte ändern. Und das ist das Schöne am Engel an den Two-Water dabei nehmen, dass dies so problemlos möglich ist. Auf jeden Fall haben wir jetzt im Prinzip alles Wesentliche mal gesehen, was eine Karte ausmacht. Und ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Und vielleicht fanden Sie es ja so einfach und genial, dass man mit fast nur HTML-Kenntnissen eine kleine Geo-App sich in dieser kurzen Zeit erstellen kann. Und vielleicht benutzen Sie einfach mal das Framework. Oder vielleicht wurde auch Ihr Interesse geweckt und Sie entwickeln fleißig mit. Das Ganze finden Sie auf GitHub und jeder ist gerne eingeladen, sich an der Entwicklung zu beteiligen. So, in dem Sinne bedanke ich mich und wünsche noch eine wunderschöne Konferenz. Und wir kommen zum Frageteil. Vielen Dank für diese sehr interessante Demo, Arne und Stefan. Ich habe gesehen, ihr habt den Link gerade schon gepastet im Chat. Also der Link zur Demo-Session und zur Homepage von Yaga. Fragen sind jetzt nicht so viele eingetroffen. Vielleicht kommt noch was. Die Frage, die eingetroffen ist, wie sieht es mit der aktuellen GPS-Koordinate aus? Ja, also vielleicht da noch kurz zum Hintergrund zum Modul Leaflet NG2. Wir haben halt eben hier versucht, eins zu eins Leaflet in Angular einzusetzen. Und in Leaflet selber gibt es ja quasi auch nicht nativ sofort das GPS-Plugin. Aber auch so bei allen möglichen anderen Sachen haben wir versucht, so zum Beispiel die Namensgebung komplett beizuhalten. Das ist aber natürlich die Möglichkeit, ähnlich wie auch bei Leaflet über Zusatz-Plugins oder Ähnliches quasi sowas mit hinzuzufügen. Und gerade beim GPS-Plugin haben wir tatsächlich auch schon direkt von uns aus ein Plugin erstellt. Wir können sonst den Link dazu auch nochmal in den Chat packen. Findet man aber auch bei uns unter GitHub in den Repos ganz einfach. Da ist dann das Leaflet NG2 GPS-Modul auch mit dabei. Das ist eine grundsätzliche Frage von mir. Leaflet ist ja eigentlich ein sehr beliebter Web-Client oder Karten-Client. Aber so in der GIS-Welt ist Openlayers eigentlich Nummer eins. Könnt ihr vielleicht ein bisschen so Vor- und Nachteile von Leaflet aufzählen? Wieso nutzt ihr Leaflet? Also das war vor allen Dingen damals noch eine Entscheidung, als Openlayers auch noch nicht so weit vor allen Dingen mit den Mobil-Clients war, als wir das schon angefangen hatten zu implementieren. Ich würde sagen, mittlerweile ist natürlich auch Openlayers da einige Schritte weiter und die kann man auch für mobile Seiten sehr, sehr gut nutzen. Wir haben aber auch schon relativ viel mit Leaflet im Vorfeld quasi genutzt, weil es halt eben gerade für unseren Anwendungsfall in mobilen Apps damals vor allen Dingen deutlich besser genutzt werden konnte. Und da waren halt eben vor allen Dingen die Vorteile, dass es einfach ein relativ kleines Modul war. Und wir fanden auch eigentlich diesen Ansatz quasi eher mit einem kleinen Modul, was man erweitern kann, erst mal besser als den Ansatz quasi ein großes Modul zu haben, was fast alles kann, aber dafür was schwieriger ist. Und das hätte natürlich auch die Implementierung auf unserer Seite nochmal deutlich schwieriger gemacht. Und ja, gerade in den älteren Versionen von Leaflet im Vergleich zur Openlayers fand ich auch die API etwas moderner, wodurch das halt eben auch in die Integration mit Angular uns in die Karten gespielt hatte. Und das waren dann damals die Entscheidungen, warum wir das dafür entschieden hatten. Und seitdem wir das halt eben umgesetzt haben, haben wir uns dann natürlich auch weiterhin auf Leaflet gesetzt. Ja, man muss ja dazu sagen, das haben wir ja schon 2017 angefangen, meine ich. Oder 2016, glaube ich, sogar schon. Ende 2016 haben wir damit angefangen. Und da war natürlich Leaflet und Openlayers auch noch nicht das, was es jetzt, sage ich mal, heute ist. Sondern das sah ja alles noch ein bisschen anders aus. Und mittlerweile, klar, Openlayers ist ja eigentlich genauso gut, wenn nicht sogar besser. Ist auch umfänglicher vom Funktionsumfang. Das Projekt ist ja, steht jetzt keine Firma dahinter, wie ich das richtig sehe. Das ist eigentlich fast ein bisschen außergewöhnlich. So im WebGIS-Umfeld hat meistens so, steht hauptsächlich eine Firma dahinter. Und ihr habt jetzt wirklich ein Community-Projekt. Könnt ihr vielleicht was darüber sagen, wie ihr organisiert seid? Ja, also wir sind ein komplettes Community-Projekt. Und ja, also die ursprüngliche Idee kam schon aus Schulzeiten, dass wir sowas mal machen wollten in die Richtung. Und dann haben wir hinterher, ich will nur sagen, einen Lebensweg gegangen. Und dann hinterher, später sind wir nochmal auf die Idee gekommen, im Rahmen eines Museumsprojekten eine Geo-App zu machen. Und ja, dann haben wir angefangen gehabt quasi, vielleicht zu entwickeln. Und da war für uns eigentlich bei Anfang an klar, dass wir das ganz gerne halt eben als Open-Source-Projekt machen wollen. Und dass sich da auch jeder gerne daran beteiligen darf. Und ja, so gesehen sind wir jetzt quasi ein Framework ohne Firma und nicht eine Firma mit Framework. Und ist auch bis heute jeder herzlich eingeladen, daran teilzunehmen. Und wir hatten eigentlich auch weltweit, ja, recht großen Zuspruch erfahren gehabt. Und haben viele Leute angeschrieben, auch Fragen gestellt gehabt, die das für eigene Projekte verwenden wollen. Und ja, jeder ist natürlich frei, das zu verwenden. Aber wie gesagt, jeder ist natürlich auch herzlich eingeladen, das weiterzuentwickeln. Oder auch fleißig Plugins zu entwickeln, die nicht im Funktionsumfang von Leaflet inbegriffen sind. Und ja, als Beispiel das GPS-Plugin, da habe ich gerade eben auch mal den Link im Chat reingeschrieben gehabt. Ja, also wer noch weitere Plugins braucht, kann gerne fleißig mitentwickeln. Ja, wir haben auch gesehen, das Interesse ist durchaus da. Also wir haben jetzt hier doch viele Zuschauer gehabt. Das heisst, offenbar interessieren die Technologien und kommen an. Und ja, das Projekt sieht ja wirklich sehr schön aus. Aber ich glaube, wir schließen jetzt hier. Ich danke euch beiden recht herzlich für den interessanten Vortrag, der ihr da reingesteckt habt. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal.